Willkommen bei Fernweh. Wir haben es geschafft und heute dürft ihr mal raten wo wir heute sind. Wir sind am Uluru. Ich muss sagen es ist wirklich massiv. Faszinierend. Riesig, tolle Farben und größer als ich es mir eigentlich vorgestellt hatte. Wirklich flüssig. Hallo. Guten Morgen. Wir haben jetzt hier gefrühstückt. So haben wir diese Aussicht. Mit Blick auf die Allgas. Und da fahren wir jetzt voll rüber. Und dann werden wir da wahrscheinlich einen Walk machen. so wer es will. so wer es will. Das sind die ganze Zeit. So. So. Es gibt noch etwas einen Teil für unsere Kälte. Also. Catch your breath and you sleep now, don't whisper, it's too loud, with every beat per moment, so hard when it's so far and you're lost, divided, then the hands break. Are you scared now? Don't be scared now, there's still time, it's not hard when it's not far, you're not lost, you'll find it, there's still time. Hello dear friends! Welcome to Fernweh! Hi! Wir sind heute immer noch im Northern Territory und zwar in der Nähe vom Kings Canyon und wir gehen heute wieder mal ein bisschen wandern und zwar bei den Kathleen Springs. Jetzt nochmal! Ah! Das linke! Wir sind heute am Kings Canyon und wir machen jetzt als erstes mal den Aufstieg. So sieht es so aus. Los geht's! Das linke! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020